guten morgen liebe zuschauer schön dass ihr wieder eingeschaltet habt wir zeigen euch heute ein video wie wir mit dem beispiel meine schwester die svenja und manchen den ball ja ja sie ist gleich wieder hier mit dem ball so jetzt haben wir den ball und zwar das ist ein rosen ball da schmeißen wir mal hin und her habt ihr den ball in der kamera gesehen wir machen das jetzt extra so wegen der kamera bis alle das sehen risiko von unten ist im garten von anderen leuten ist das ist schon mal passiert und der sonnenschirm der sonnenschirm sind schon mal runter geflogen im garten so witzig wir mussten lachen ja wir mussten wieder raus ernten wir mussten einsteigen so wir gehen jetzt bald einkaufen und das war der ball jetzt sehen wir mal wieder auf geht das mal so jetzt haben wir das spring sein das ist auch eine spring sein in der farbe rot weiß geschützt neue video morgen wie ich das mache wir können mal ein video morgen wie ich das mal irgendwann machen wir mal ein video im sommer draußen mit dem seiter aber jetzt dürfen wir nicht raus oder zumindest wir gehen nicht raus wegen ozonen das ist nicht gut aber ich zeige euch mal wie ich springe sie zeigt mir jetzt wie sie springt so das funktioniert so man kann auch rückwärts springen ja ein paar spränge sind okay gewesen ich komme jetzt wieder so oder ich bin gleich wieder da jetzt muss ich noch stunden was sie ist so wie muss ich in hocker holen als sie kann auch nicht in die kamera und ich hoffe euch hat das video gefallen weil ich muss jetzt frühstücken ich hoffe das video gefallen wenn ja gibt ein daumen nach oben abonniert meinen kanal dann verpasst ihr kein video und bis bald und wir machen im sommer mal wie versprochen ein video mit dem springsaal bis zum nächsten video tschüss